So ihr Lieben, hier seht ihr jetzt, wie ich im Thermomix Knobelinen, Bratwürste, egal welche Würste, oben im Varoma dünste. Ich habe Varoma eingestellt, Stufe 1, habe das ganze 30 Minuten eingestellt. Und da seht ihr hier, die Würste halten ihren Geschmack und werden trotzdem gar und schmecken auf dem Grill, wenn die dann fertig sind. Super lecker, weil die Rösch werden von außen und innen drin super saftig sind, weil sie hier im Dampf gegart werden. Ja, die schmecken bestimmt super lecker, riechen tun schon sehr gut und gegrillt werden sie dann hier auf dem Teeperl. Und Matthias jetzt schon ein bisschen Blaufleisch für die Röntammer, die freut sich jetzt gleich. Der Röloch für den Saft im Mund zusammen, wenn man das sieht.